Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Forum Demokratie. Wir sind hier in der Bernauer Straße der Gedenkstätte Berliner Mauer und vor 30 Jahren stand hier die Mauer und genau wo ich mich hier jetzt befinde, war der Todesstreifen. Das Forum Demokratie ist das Phoenix-Gesprächsformat in der thematischen Spannungszone zwischen historischer Erfahrung und aktueller politischer Realität. In diesem Jahr folgen wir der Zahl neun, denn im vergangenen Jahrhundert war vor allen Dingen in diesen neuner Jahren epochale Ereignisse, die die Wegscheiden der Demokratieentwicklung in Deutschland bestimmt haben. Das Jahr 1919 haben wir uns angeschaut, 1929, 49, 69 und nun schauen wir auf das Jahr 1989, in dem die Mauer fiel. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es zu diesem Glücksmoment der deutschen Geschichte kam, der dann in nicht einmal einem Jahr zur Wiedervereinigung Deutschlands führte. Wir wollen zurückreisen zu jenem 9. November 1989, aber eben auch über dieses Datum hinaus weiter zurückschauen und ergründen, wie der Mauerfall möglich werden konnte. Wir wollen aber auch in den Einigungsprozess des Wiedervereinen Deutschlands blicken. Wie war das damals, als sich die zwei Deutschlands auf den Weg machten, eins zu werden? Diese Zeitreise wollen wir hier am Tisch in dieser Runde wagen und ich begrüße sehr herzlich in dieser Runde Freya Klier, ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, Autorin, Regisseurin und Dokumentarfilmerin. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie. Und ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen Kanzleramtsminister, Innenminister im Kabinetten Helmut Kohl, Dr. Rudolf Seitas und ich begrüße sehr herzlich den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Herzlich willkommen bei uns und ich begrüße den Historiker Professor Manfred Görtemacher, der uns im Forum Demokratie ja schon oft begleitet hat. Herzlich willkommen an Sie alle. Frau Klier, Sie haben anlässlich des 30. Jubiläums des Mauerfalls ein Buch geschrieben, Wo warst du? Und haben dort Zeitzeugen zu Wort kommen lassen, die einfach erzählt haben, was Sie tatsächlich an diesem Tag gemacht haben. Und ich würde das gerne als Einstieg für diese Sendung nehmen und Sie fragen, was haben Sie gemacht am 9. November? Ich war ja schon ausgebürgert mit meinem Mann, mit meiner Tochter Nadja und wir waren in West-Berlin, wir haben eine Wohnung gekriegt und haben gesagt, wir möchten in ein Multikulti-Haus. Das kannten wir nicht aus dem Osten, gab es nicht. Und dann haben wir eine Wohnung gekriegt, eine ganz normale, in einem Haus, das gerade fertig war, schräg rüber vom Springer-Hochhaus, also direkt an der Mauer. Und es war wirklich auch sehr schön, also verschiedene Italiener und Griechen und gemischt, also es war wirklich schön. Und als das mit der Mauer kam, Stefan Krafczyk war in der alten Oberfrankfurt, der hatte ein Konzert, der hat das alles gar nicht mitgekriegt, weil da eben Musik war und es ihm dann keiner gesagt hat. Und Nadja und ich, wir waren zu Hause, eben schräg rüber vom Springer-Hochhaus, zwischen Heinrich-Heinestraße und Checkpoint Charlie, diese beiden Übergänge. Und dann kriegte ich einen Anruf aus Kanada, ich schrieb gerade an einem Buch und ich soll es sofort den Fernseher anmachen. Die Mauer ist offen. So, wo Sie ja auch aus dem Fenster gucken können. Ne, da hatte ich es nicht gesehen. Denn es ging ja über die Bösebrücke, ja, und dann lief das, die liefen alle zum Kuhdarm, die Leute. Also bei uns war gar nichts. So, alles, das sah man dann im Fernsehen, dass sie alle rübergingen. Wie gesagt, die beiden Übergänge bei uns waren zu und am nächsten Morgen, da ging es richtig los. Also wir haben natürlich die ganze Nacht geguckt, wie alle anderen Menschen und so und ich habe versucht, Stefan zu erreichen. Aber Sie sind gar nicht rausgegangen an dem Abend? Ne, weil es war ja nicht. Also ich wollte, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wohin. Sondern wir wurden erwartet am nächsten Morgen, ungefähr so ab sieben oder acht inzwischen, waren diese beiden Grenzübergänge nämlich geöffnet worden. Und es war so, dass du das Gefühl hattest, der Osten rückt geschlossen 500 Meter Richtung Westen. Du konntest nicht mehr treten. Herr Dr. Seitas, wo waren Sie am 9. November? So ein Datum, was man da nicht vergisst, sondern auch den Tag nicht. Nein, ich saß zusammen am späten Nachmittag im Kanzleramt mit den drei Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU, SPD und FDP, also Mischnick, Vogel und Drecker und mit Wolfgang Schäuble. Über alle möglichen innenpolitischen Fragen, wie das so üblich war, haben wir gesprochen. Niemand hat damals geahnt, was dann kommt. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und der Regierungssprecher, Eduard Ackermann stürzte herein mit den Worten, die Mauer fällt, die Mauer ist offen. Und ich erinnere mich an den spontanen Zuruf von Wolfgang Schäuble. Ackermann, als ich noch Chef des Kanzleramtes war, war Alkoholtrinken im Dienst verboten. Also mit anderen Worten, wir waren alle völlig überrascht. Aber dann ging es ja so schnell, wir mussten den Wahrheitsgehalt dieser Nachricht natürlich prüfen. Parlament unterbrach seine Sitzung. Ich konnte um 20.46 Uhr dann, Helmut Kohl war ja in Warschau für die Bundesregierung eine erste Erklärung dazu abgeben. Dann die Fraktionsvorsitzenden, dann dieser emotionale Moment, dass die Abgeordneten sich erhoben und die Nationalhymne sangen. Und wir hatten alle Hilfe zu tun, mit Warschau Kontakt aufzunehmen. Nicht nur wegen der Informationen, die es aus Bonn gab, sondern auch, weil mittlerweile bekannt geworden war, dass am nächsten Tag vor dem Schöneberger Rathaus eine große Kundgebung stattfinden sollte. Und uns war natürlich klar, Kohl muss seinen Besuch in Warschau unterbrechen. Damals hat man Adenauer den Vorwurf gemacht, dass er nicht sofort an der Mauer gewesen ist, die dort gebaut worden war. Und jetzt ein Kanzler, der, wenn die Mauer fällt, auch nicht sofort da ist. Also wie kommt er nach Berlin? Und wie bringt er das seinen polnischen Gastgebern nahe? Was nicht so ganz einfach war. Ist dann mit der, weil wir ja keine Überflugrechte hatten, der unserer Luftwaffe, ist er nach Hamburg geflogen. Und dann mit der Privatmaschine des amerikanischen Botschafters dann nach Berlin. Und anschließend, nach dieser großen Kundgebung, haben wir dann einen Gang zum Brandenburger Tor gemacht. Herr Kowalczyk, wo waren Sie, 9.11.? Ich war im Bett. Und da blieb ich auch, weil ich das auch nicht glauben wollte. Wenn man heute so viele Zeitzeugen hört, dann staunt man ja immer. Die Zahl derjenigen, die so rückwärts gewandte Propheten sind, wird immer größer. Es waren immer mehr Leute im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur gestanden. Und es haben auch irgendwie immer mehr Leute schon lange vorher gewusst, dass die Mauer irgendwie einfallen wird. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das auch am 9. November um 18 Uhr nicht gewusst. Und mich hat das überrascht. Ich bin in Ostberlin groß geworden. Ich habe immer mit einem Teil meines Kopfes in Westberlin gelebt. Ich wusste immer ganz genau, was irgendwie in den einschlägigen Clubs los ist, was in den Kinos gespielt wird, also was irgendwie angesagt ist. Und insofern war das für mich natürlich ein sehr befreiendes Erlebnis, dass die Mauer fiel. Und ich habe dann auch sehr schnell mir den anderen Teil meiner Heimatstadt erschlossen, der mir bisher von den Kommunisten verwehrt worden ist. Ich will aber betonen, für mich hat auch in der heutigen Rückschau der 9. November nicht die Bedeutung, die wir ihm in der Erinnerungskultur durchaus berechtigt zuschreiben. Für mich ist viel wichtiger die Erfahrung davor, nämlich, dass eine Minderheit der Ostdeutschen, und das war nur eine Minderheit, das muss man auch immer wieder deutlich sagen, eine Minderheit hat das Land verlassen, die ganz wesentlich dafür waren, dass überhaupt es zur Revolution kam. Da kommen wir gleich noch intensiver zu. Und eine andere große Minderheit hat im Land versucht, dieses Land zu verändern. Aber Millionen blieben hinter der Gardine und warteten ab. Aber dieser Prozess im Jahre 1989, der ja schon lange davor begonnen hat, Freya Clear könnte darüber viel erzählen, der war wichtig, nämlich die selbst errungene Freiheit. Das war sozusagen die Vorbedingung für die Einheit. In der deutschen Geschichte ging es ja ganz oft darum, Freiheit, Einheit. In welchem Verhältnis stand das? Das war nicht nur bei Adenauer so, das war schon bei Bismarck so. Und auch im Jahr 1989 stellte sich im Prinzip diese Frage, in welchem Verhältnis steht Freiheit und Einheit. Und wir können heute eben sagen, zuerst stand die selbst errungene Freiheit und dann wurde auch die Einheit möglich. Und für mich ganz persönlich war das eben ein ganz wesentliches Erlebnis, dass ich diese errungene Freiheit auch als eine selbst errungene Freiheit erlebt habe. Und insofern schaue ich auch heute noch auf meine Biografie, auf mein Leben immer zurück, auf ein davor 1989 und ein danach 1989. Diese Zäsur sozusagen bestimmt mein Leben, nicht nur von mir, von vielen anderen und wird es wahrscheinlich bis ans Ende meiner Tage auch weiter so bestimmen. Herr Prof. Görtemacher, wo waren Sie am 9. November? Ich saß am Nachmittag des 9. November in meinem Büro in New York im Institute for Security Studies. Das war ein Institut, an dem sehr viele Fellows waren aus verschiedenen Teilen Europas, auch aus Osteuropa. Und wir hatten in den Wochen und Monaten davor schon intensiv über die ganze Entwicklung in Europa diskutiert, vor allen Dingen auch über die Migration, die sich da ja vollzog. Und dann erhielt ich einen Anruf an diesem Nachmittag von meinem Chef, der damals in Washington war. Und CNN hatte ihn konsultiert und er sagte, CNN möchte einen Kommentar zu dem, was in Berlin gerade passiert. Die Mauer ist offen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil wir hatten damit alle nicht gerechnet. Mussten aber nun irgendein Statement abgeben für CNN. Und zwar jetzt nicht nur der Kommentar, die Mauer ist offen, sondern was bedeutet das tatsächlich historisch? Und insofern, anders als Sie das aus unmittelbarer Nähe erlebt haben, ging es bei uns eben gleich darum, hat das tatsächlich eine signifikante welthistorische Bedeutung. Was bedeutet das für Osteuropa, für die Sowjetunion, die es damals noch gab, aber eben natürlich auch für den gesamten Westen? Herr Kowalczuk, wir wollen mal fragen, wie unerwartet die Entwicklung dann tatsächlich auch war. Sie haben ja gesagt, das ist ja auch etwas, was sich vorher durchaus entwickelt hat. Den Satz, den Honecker Anfang des Jahres noch gesagt hat, dass die Mauer noch 50 oder 100 Jahre stehen wird, das ist natürlich Makulatur gewesen. Aber wann würden Sie denn den Zeitpunkt datieren, an dem das System der DDR tatsächlich kollabieren würde? Wo würden Sie das im Jahre 89 festmachen? Also ich glaube, man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, in welchen Konstruktionen damals die Politik auch dachte. Das überraschte, das wurde ja hier auch schon deutlich, das überraschte ja nicht nur die Menschen im Osten, sondern davon wurde das Weiße Haus genauso überrascht wie der Laissez-Palast oder wie sozusagen London, weil seit 1945 alle in dieser Blockkonfrontation dachten und niemand sich vorstellen konnte, dass die alte Nachkriegsordnung praktisch über Nacht für ein Appel und ein Ei sich in Null und nichts auflösen würde. Das war gewissermaßen etwas, was unvorstellbar war, was man sich nur vorstellen konnte in sehr langen, aufweichenden Reformvorgängen und nicht in einer Form von einer Revolution. Wenn man jetzt nochmal ganz konkret in die Endphase der DDR schaut, dann kommt man auch da nicht weiter, ohne die internationalen Rahmenbedingungen sich anzuschauen. Und die haben sich durch zwei Prozesse maßgeblich verändert in den 80er Jahren. Einerseits der Aufbruch in Polen von unten, durch die Solidarność, was ganz wesentlich war für die veränderte Statik im Ostblock und gleichzeitig der Aufbruch von oben in Ungarn, was ganz wesentlich dann auch für die Fluchtprozesse in der DDR war. Ich will das bloß mal an eine Sache erinnern, die viele immer nicht so genau wissen, warum eigentlich in Ungarn dann irgendwie der eiserne Vorhang abgebaut wurde und warum es überhaupt zu diesen Fluchtkonstellationen kam. Ungarn war wie alle Ostblockstaaten in einer tiefen Krise. Sie brauchten Kredite vom internationalen Währungsfonds und um Kredite auf dem internationalen Markt zu bekommen, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Und eine Bedingung ist unter anderem, die Genfer Flüchtlingskonvention zu ratifizieren. Und das heißt unter anderem, dass man niemanden dorthin zurückschickt, der in einem Land gelandet ist, wenn er wegen dieser Flucht politische Verfolgung zu befürchten hat. Und genau sozusagen in dieser Zange befand sich nun Ungarn, die haben das dann also ratifiziert und das machte erst eigentlich alles andere möglich. Also das sind die einen Sachen, die Statik des Ostblocks kam in Wanken, vor allen Dingen durch Ungarn und Polen und dann natürlich Michal Gorbatschow, der nun 1985 an die Macht kam und der etwas machte, was irgendwie unvorstellbar war. Die Sowjetunion, Moskau waren Synonyme für Stillstand, für Reaktion, für nichts geht mehr. Und nun kam Gorbatschow und versuchte dieses Land, was also irgendwie am Boden da niederlag mit einer unglaublichen Armutsquote, was man im Westen auch gar nicht so wahrnehmen konnte. 40 Millionen Menschen in der Sowjetunion haben Mitte der 80er Jahre unterhalb der Armutsquote gelebt. Und der wollte nun irgendwie dieses Land in Bewegung bringen mit tauglichen und untauglichen Mitteln. Das ist auch damals kontrovers diskutiert worden. Und die Effekte, die das wiederum auf den Ostblock hatte und nun auch auf die ostdeutsche Gesellschaft, dass viele Menschen sagten, also wenn sich dort etwas bewegen lässt, dann muss sich doch bei uns auch etwas bewegen lassen. Und insofern, also passierte da viel, da veränderte sich die internationale, also die Weltpolitik der Osten und der Westen fing ganz anders an, miteinander umzugehen, nach ein paar Startschwierigkeiten, die alle bekannt sind. Aber ab Ende 86, Anfang 87 kam da viel Bewegung hinein. Und insofern muss man dann sagen, das, was sich dann in der DDR abspielte, das meiste von den innenpolitischen Krisensymptomen war ja nicht neu. Das kannten wir ja alles schon in den 80er Jahren. Aber durch die veränderte internationale Lage kam nun ein neues Hoffnungsmoment, neue Möglichkeiten. Und der SED-Staat selbst begann eben auch von innen zu zerbröseln, weil nämlich die sozusagen Delegitimierung der kommunistischen Herrschaft die eigenen Institutionen erfasste, die Partei erfasste. Auch dort die Volksschaftstreue gewissermaßen wurde von vielen aufgekündigt. Und so kam dann vieles zusammen. Und insofern, ich möchte mich jetzt nicht festlegen auf dem Datum, dass ich sage, dann und dann war das so. Aber das war eben so ein Prozess. Aber im Prinzip auch als Historiker würde ich sagen, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre würde man das heute terminieren. Herr Göttebacher, wo würden Sie denn sagen, wo begann der Prozess, der dann letztendlich zum Fall der Mauer geführt hat? Ich würde doch noch etwas weiter zurückgehen. Ich glaube schon, dass beispielsweise die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit, die Schlussakte von Helsinki von 1975, wesentliches in Bewegung gesetzt hat in Osteuropa. Herr Kowalczyk hat vollkommen recht. Das kann man aus der DDR alleine heraus nicht erklären. Man muss das osteuropäische Umfeld sehen. Und hier passiert eben doch einiges. Das beginnt eigentlich schon mit der neuen Ostpolitik von Willy Brandt. Aber dann die Schlussakte von Helsinki ist eine entscheidende Zäsur. Danach entstehen die sogenannten Helsinki-Watch Groups in Osteuropa. Danach beginnt es auch in der Sowjetunion zu kriseln. Die Charta 77 in der Tschechoslowakei entsteht. Das ist ganz wichtig. Dann kommt Solidarnosc. Dann kommt Ungarn dazu. Das heißt also, wir haben hier einen Prozess, der eine Auflösung des Ostblocks gewissermaßen beschreibt. Eine Infragestellung dessen, was eben dort eben nach 1945 passiert war. Und die Ausreisebewegung aus der DDR hat nun erstmals auch ein völkerrechtliches Dokument in der Hand, auf das sie sich berufen können. Richtig. Und wichtig war eben, die Schlussakte ist tatsächlich in allen wesentlichen osteuropäischen Zeitungen auch veröffentlicht worden. Und man konnte sich direkt darauf beziehen. Und das war von besonderer Bedeutung. Dieser berühmte Korb 3 der Schlussakte, wo es tatsächlich auch um Auswanderung geht, ist natürlich ein entscheidender Punkt. Also menschliche Erleichterungen sind ein wesentlicher Aspekt der Schlussakte. Und darauf konnte man sich beziehen. Und das haben die Menschen da zum Anlass genommen, das auch tatsächlich ernst zu nehmen. Die Schlussakte ist das eine, Herr Dr. Seithers. Aber ich komme nochmal zurück auf Willy Brandt, der ja von Herrn Prof. Gertemarker erwähnt wurde. War diese neue Ostpolitik Brandts vielleicht sogar die Basis für den Untergang letztendlich der DDR? Oder kann man das nicht ziehen? Die sehr umstrittene neue Ostpolitik 1969, 72, 73 war in der Rutschau aus Besicht der CDU eine sehr wichtige politische Maßnahme, weil sie auch verbunden war mit mehr Reisemöglichkeiten. Die Menschen in der DDR konnten peu a peu doch die Situation in der Bundesrepublik im westlichen Deutschland kennenlernen. Aber es war kein Zündfunke, der später zur Einheit geführt hat. Aber das ist schon anzuerkennen, dass hier wichtige Schritte gemacht worden sind. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppierungen war ja folgender, dass in der SPD es viele gab, die meinten, Wandel durch Annäherung. Das würde dazu führen, dass die beiden Staaten allmählich sich näher kämen, auch im sozialen gesellschaftspolitischen Bereich. Während die Union ja seit Adenauer immer davon fest ausgegangen ist, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo der Osten nicht mehr lebensfähig ist, jedenfalls die DDR nicht mehr. Und dann also die Wiedervereinigung kommt. Die haben auch gefragt, seit wann wir geglaubt haben, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Also noch nicht am 30. September, als Hans-Dietrich Genscher und ich auf dem Balkon der Prager Botschaft standen und Hans-Dietrich Genscher dann sagte, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen die Ausreisefreiheit zu verkünden. Wo das ein sehr emotionales, wirklich emotionales Erlebnis war, die Gespräche im Garten nachher mit den Flüchtlingen. Wir haben es auch noch nicht geglaubt, dass die Wiedervereinigung vor der Tür steht beim Mauerfall. Da haben Sie völlig recht. Wir haben es auch noch nicht... Da kommen wir gleich noch zu. Das heben sich auf, weil... Aber Sie wollten ja wissen, wann wir es geglaubt haben. Ja. Das will ich noch eben sagen. Ja, okay. Nicht beim Zehn-Punkte-Plan von Helmut Kohl am 28. November, sondern in Dresden. In Dresden waren wir überzeugt davon, es hat jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, noch weitere Verträge mit dem Ministerpräsidenten Motto zu machen, mit einer einzigen Ausnahme, möglichst bald die freien Wahlen herbeizuführen, die dann ja auch im März stattfanden. Die Reaktion der Dresdner Bevölkerung, der Bevölkerung der DDR war nicht nur an der Frauenkirche, sondern auch vor dem Hotel Bellevue und bei den ganzen Begegnungen so unglaublich, unglaublich eindeutig, dass wir dann ja auch in den Gesprächen und der Bundeskanzler vor allen Dingen in den Vier-Augen-Gesprächen auch mit Modro gesehen hat, die ganze Hilflosigkeit unter dem Gesichtspunkt, im Grunde wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, war die DDR am Ende. Und die unterhielt keine Hilfe aus Moskau. Frau Klier, Sie sind 1950 geboren in der... Ja, ich werde das gleich erstmal an mein Veto einlegen. Im Lobebandeln durch Annäherung. Es ist eine der verheerendsten politischen Entscheidungen gewesen für uns, für die Bürgerrechte. Wir haben wahnsinnig darunter gelitten. Es ging, auf einmal war alles irgendwie nur noch auf Erich Hornecke und Politbüro konzentriert. Dann wurde gesagt, wir können reisen, ihr können reisen. Dann wurden die Leute, die ohnehin schon furchtbar waren und nichts sagten und uns nicht halfen in Richtung Demokratie, machten jetzt gar nichts mehr, damit sie auch eine Reise abkriegen. Also ganz verheerend war es dann wirklich 86. Da haben wir ein Theaterstück geschrieben dazu, weil es nicht mehr auszuhalten war. Denn ich machte zu der Zeit eine geheime Jugendbefragung, die erste überhaupt. Und die Kinder und Jugendlichen, die sind verrückt geworden, weil ihre Eltern jetzt sagten, jetzt halt die Klappe, du musst jetzt nicht immer was sagen oder sowas. Wir wollen die nächste Reise kriegen. Und das war ein richtiger Schlag und war nicht... Also das ist ungefähr so gewesen, als würden wir uns entschieden haben, 1973 oder in den 70er Jahren uns mit Pinecet anzunähern und dann zu behaupten, es ist Wandel durch Annäherung. Das geht nicht mit einer Diktatur. Ja, man kann sich nicht mit Diktatoren annähern. Man muss... Ich glaube, man muss... Entschuldigung, wenn ich da noch was dazu sagen möchte. Und das Problem an dieser neuen Ostpolitik bestand ja darin, dass sie nur noch mit den Regierenden gesprochen haben. Genau, genau so. Und nicht mehr mit der Gesellschaft, mit der Bürgerrechtsbewegung, mit der Opposition, die es ja auch damals schon gab. Und das hatte fatale Folgen. Als die Solidarnosc, als der Kriegszustand in Polen ausgesprochen wurde, da hat der Vordenker dieser neuen Ostpolitik, das Chamäleon Egon Bahr, die Solidarnosc denunziert und hat gesagt, sie würden die Statik des Friedens in Europas gefährden. Und das ging so weit, was auch heute in Polen nicht vergessen ist. Willy Brandt hatte ein Riesen-Standing in Polen. Und auch er hat in der zweiten Hälfte der 80er Jahre die Kontakte zur Solidarnosc nicht mehr gepflegt. Also das ist gewissermaßen die Ambivalenz, wo die Kritik ansetzen muss. Okay, da würde ich aber gerne fragen, Frau Klier... Ach nee, Kirst, muss ich noch mal einen Satz hinzufügen? Na, wenn ich kurz noch mal nachfragen kann, weil Sie es ja angesprochen haben. Wann begann denn eigentlich der Gedanke bei Ihnen an Opposition? War es Mitte der 80er oder war es viel früher? Ich muss noch mal bei Willy Brandt bleiben. Ja, aber war das zum Beispiel der Initiator, dass Sie gesagt haben, jetzt müssen wir aber... Nee, nee, das ist eine private Geschichte. Bei mir fing es an mit dem Tod meines Bruders, der ein DDR-Opfer ist. Und dann habe ich die Friedensbewegung, wie man dann später sagte, mitgegründet. Wann war das? Ich komme aus der Kirche 1980 in Berlin-Pankow. Aber da ich auch vom Theater kam, habe ich sehr viel mit vernetzen können. Das war ja nicht wie heute, wo du dann mal eine SMS rausschickst, sondern man fuhr mit Fahrrad und mit Zügen hin zu Theaterleuten, Kirchenleuten, irgendwie mit dem Zug und haben mir erzählt, was wir machen in Berlin. Und das kam aber auch parallel. Es war einfach die Zeit auch ran. Also es entwickelte sich auch woanders. Es ist jetzt nicht alles von Berlin ausgegangen, sondern da waren wir vielleicht ein bisschen früher als andere. Ich will trotzdem noch was sagen zu Willy Brandt und Egon Bahr. Denn ich hatte eine, das darf man immer alles nicht sagen, aber ich sage das jetzt mal, eine Talkshow 1992, nein, zwei waren es, mit Brigitte Seebacher-Brandt. Das war die letzte Gattin von Willy Brandt und die erzählte uns dann, dass irgendwann Willy Brandt aufgegangen ist, und dann zwar ziemlich bald, als es rumurte und ging, wer Egon Bahr ist. Der hat ja die gesamte Ostpolitik gemacht, wer das ist, und der hat den nicht mehr an sich ran gelassen. Also da haben wir alle gesagt, na Gott sei Dank, merkt das jetzt endlich. Das heißt, diese Stärke, die er hatte, auch diese Schärfe, bei dem geteilten Berlin am Anfang in den 60er Jahren, das war ja, wie gesagt, etwas gesteuert, immer mehr zurückgegangen, und plötzlich kriegte der wieder eine Sprache, also seine Kraft wieder. Herr Qualschuk, ich würde gerne auf diesen einen Punkt in Sachen Opposition eingehen. Es gab innerhalb der DDR, wie Sie ja sagten, gab es durchaus Opposition. Wie muss man sich das vorstellen? War das in kleinen, individuellen Zirkeln? Und wann war denn die Entwicklung, dass man sagte, es wurden immer größere Kreise, es wurden vielleicht auch Gruppen daraus? Also man muss, wenn man sich die Oppositions- und Widerstandsgeschichte in der DDR anschaut, verschiedene Phasen zunächst sich anschauen. In den 50er Jahren war der Opposition und Widerstand ganz klar antikommunistisch orientiert, gegen das System, Abschaffung des Systems. Dann kam der Mauerbau, und der Mauerbau hat eben praktisch eine neue politische Tagesordnung begründet. Und immer mehr Menschen, auch in der DDR, mussten nun akzeptieren, dass die DDR offenbar eben kein Provisorium ist, sondern auf eine längere Zeitdauer hin existieren wird. Es kam auch zu einer gewissen Stabilität, gerade in den 60er Jahren, dann auch nochmal in den 70er Jahren, was eben auch die Einstellung der Gesellschaft gegenüber diesem System veränderte. Ganz massiv hat sich das dann verändert durch die internationale Anerkennungswelle Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als die Haltsteindoktrinen der Bundesrepublik gewissermaßen überwunden ist. Das wurde und wird auch bis heute immer so wie so ein großer Erfolg gefeiert. Aber auch mit Blick auf andere Diktaturen muss man sagen, wenn eine Diktatur von außen anerkannt wird, dann hat das gewissermaßen Lähmungserscheinungen vom Innen zur Folge. Und es kommt zu einer Selbstanerkennung. Und die Leute, die gegen das System im Inneren sind, stehen vor einem großen Dilemma, weil sie gewissermaßen nicht nur gegen die Diktatur als solche agieren, sondern sie müssen eben auch mit diesen Fremdbildern irgendwie umgehen. Und die Mauer hat dann natürlich auch verhindert, dass die Menschen, die gehen wollten, gehen konnten oder einfach gehen konnten beziehungsweise nur noch unter großen Gefahr für ihr Leib und Leben. Und das hat die Opposition dann verändert. Und zwar insofern, dass sich stärker eine sozialistische Opposition herausbildete. Das heißt, es ging nicht mehr um die radikale Überwindung, sondern erst mal um die Reform, um die Sichtbarmachung und Geltungmachung der grundlegenden Menschenrechte, beziehungsweise dass man darauf hinwies. Das war im Übrigen kein Unterschied zu den anderen osteuropäischen Staaten. Das war überall so. Schauen Sie sich die 21 Forderungen der Solidarność an, da lesen Sie nichts von Systemüberwindung. Schauen Sie sich die Charta 77 an, auch da ist nichts von Systemüberwindung. Und das nenne ich Realpolitik. Und in der DDR haben sich das vor allen Dingen in den 60er, 70er Jahren nach dem Schock der Niederschlagung des Prager Frühlings haben sich eher erst mal illegale Zirkel gegründet. Zirkel, die gewissermaßen so in dem System selbst versuchten, irgendwie was herumzulaborieren. Und in den 80er Jahren, Freya Klee hat das gerade dann erwähnt, haben sich dann vor allen Dingen unter dem Dach der evangelischen Kirchen im Zuge dieser internationalen Friedensbewegung eine unabhängige Friedensbewegung herausgebildet, die also von dem Gedanken ausging, nur wer den inneren Frieden garantiert, kann auch äußeren Frieden garantieren. Das war so eine Maxime. Und daraus haben sich dann andere Bewegungen entwickelt, Umweltbewegungen, Dritte Weltbewegungen und viele andere Dinge. Das ist dann so Mitte der 80er Jahre, hat sich das dann immer mehr verstärkt. Es kamen immer mehr Gruppen hinzu. Das Zentrum war vor allen Dingen in Ost-Berlin, aber dann kam Leipzig hinzu. In Jena gab es in den 70er und frühen 80er Jahren ein großes Zentrum. Und umso stärker das System von Krisenerscheinungen ganz offensichtlich geschüttelt wurde und zugleich das System teilweise wie in den 50er Jahren mit Repressionen reagierte, zum Beispiel Freya Klee, Bärbel Bohler und andere aus diesem Land einfach rausschmiss, als wären sie nur einen Koffer, den man über die Mauer werfen kann. Umso mehr hat das auch immer mehr Leute animiert zu sagen, also so geht das nicht, da will ich mich auch engagieren. Also so kam ein Stein zum anderen, ein langer Prozess. Und da muss man sagen, das, was sich dann 1989 abspielte, nämlich die Gründung neuer Bürgerbewegungen, ist dann noch mal gewissermaßen etwas anderes, nämlich ein Lernprozess aus den Jahren zuvor, dass man gesagt hat, wir müssen aus unseren kleinen Ghettos raus, wir müssen unsere kleinen Zirkel jetzt überwinden. und wir brauchen Ideen, wie wir wirklich an den kritischen Teil der Gesellschaft herankommen. Und so entstand dann im Prinzip neue Forum und andere. Herr Seiders, wenn wir da mal den Blick auf die Mitte 80er oder auf die 80er Jahre werfen und sehen, dass sich dort eben oppositionelle Gruppen dann doch immer stärker in Zirkeln zusammengetroffen haben. Wie hat man das im Westen wahrgenommen? Hat man es wahrgenommen? Und wie war denn die Idee bezüglich einer Wiedervereinigung Mitte der 80er Jahre zum Beispiel? Hat man da überhaupt noch dran geglaubt? Nein, ich sage ja, die Zeitperspektive war ja, selbst bei Helmut Kohl noch am 28. November eine andere, das war so eine weitere zeitliche Folge. Dresden war, wie gesagt, der entscheidende Punkt. Und die anschließenden Gespräche von Kohl mit Mitterrand in seinem Urlaubsort an der Atlantikküste haben dann auch dazu geführt, dass Mitterrand aus einem Gegner der Wiedervereinigung zu einem Befürworter wurde. Die Stimmung im Westen war ja ohnehin nicht so, dass man etwa mit Vorschlägen hätte früher in die Öffentlichkeit gehen können. Wie bekommen wir die Wiedervereinigung? Richard Schröder, SPD-Fraktionsvorsitzender in der Volkskammer, hat ja einmal die Frage selber beantwortet, warum hat sich die Regierung nicht vorbereitet auf die Wiedervereinigung? Hatten sie keine Schubladenpläne? Und er gibt die Antwort, das wäre bekannt geworden. Und das hätte die Entspannungspolitik zerstört oder jedenfalls gefährdet, nicht nur, weil der Widerstand in Moskau da gewesen wäre, sondern auch, weil er in Italien war. André Otti, wir lieben Deutschland so sehr, dass wir am liebsten zwei davon haben. Margaret Thatcher, die erbitterste Gegnerin der Wiedervereinigung, aber nach Helmut Kohls Worten auch die ehrlichste. und die Franzosen wahrscheinlich auch. Ich finde, dass ein wichtiger Schritt in einem Zeitpunkt war, wo wir nicht an die Wiedervereinigung auf die Schnelle geglaubt haben, der Besuch von Honecker. Der war ja auch sehr umstritten. Aber ich glaube, das Entscheidende, was Helmut Kohl damals durchgesetzt hat, war, dass seine Rede, die er gehalten hat, ungekürzt und uneingeschränkt für die Bürger der DDR sichtbar wurde und übertragen wurde. Ich glaube, das war, finde ich jedenfalls, ein ganz entscheidender Beginn eines Prozesses, der dann später zur Wiedervereinigung führte. Als Honecker dann im Saarland war, bei diesem Bonn-Besuch, dass er in seiner Heimat nun auf einmal sagte, oh ja, also wir müssen irgendwie Grenzen überwinden in Europa. Boah, also das klingt ja alles sehr schön, aber ich meine, man muss sich das wirklich noch mal vorstellen. Niemand im Westen hat noch in den 80er-Jahren geglaubt, dass es eine Wiedervereinigung geben könnte. Und zwar deshalb nicht, weil die Russen an der Elbe standen. Und niemand konnte sich vorstellen, dass die sowjetische Armee einfach so sich aus Osteuropa zurückziehen würde. Das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Es war nicht denkbar. Und deswegen gibt es auch, was den Wandel durch Annäherung betrifft, ein großes Missverständnis. Es ging hier nicht um den inneren Wandel in der DDR, sondern es ging um den Wandel der Ost-West-Beziehungen. Dieses Konzept von Bahr stammt ja aus dem Jahr 1963. Das war also nach dem Mauerbau, als es darum ging, wie Willy Brandt das nannte, eine europäische Friedensordnung anzustreben. Und dafür war dieses Konzept Wandel durch Annäherung gedacht. Es ging also darum, die Ost-West-Beziehungen zu verändern, den Kalten Krieg zurückzudrängen und durch eine Entspannungspolitik zu ersetzen. Die Ironie an der ganzen Geschichte ist, dass genau diese Entspannungspolitik dann zur Auflockerung in Osteuropa beiträgt und das möglich macht, worüber wir heute reden. Nämlich das, was mit Solidarność beginnt oder vorher schon mit der Charta 77 und dann ganz am Ende auch auf die DDR übergreift. Aber ganz am Ende. Und die Opposition in der DDR hätte natürlich keine Chance gehabt, wenn es diese Auflockerung und diesen Abbau von Feindbildern vorher nicht gegeben hätte. Aber Herr Goethe, Sie wissen schon, dass das eine Sichtweise ist, die nicht unumstritten ist. Weil natürlich haben Sie vollkommen recht, dass es um die Statik der einer europäischen Friedensordnung ging. Aber die Kritik setzt doch genau an dem Punkt an, dass man genau das Sie sagen, dass man sagt, man hat sich zu wenig gewissermaßen um die inneren Bedürfnisse der Gesellschaften im Kommunismus dabei gekümmert. Dass es dann zu diesen Effekten kam, am Korb 3 in der KSZE-Konferenz, was Sie erwähnt haben, das war ja gewissermaßen, wie Sie auch wissen, dann auch ein Aushandlungssieg des Westens, der ja so auch erst ursprünglich gar nicht beabsichtigt war. Was ich nur sagen will, es geht ja darum zu verstehen, wie die Opposition nicht nur in der DDR, sondern in ganz Osteuropa tatsächlich diese Bedeutung erlangen konnte, die sie bekommen hat. Und ich bezweifle sehr stark, dass unter Bedingungen des Kalten Krieges oder sagen wir der Stalinismus das möglich gewesen wäre. Dann wäre die innere Repression viel schlimmer gewesen. Aber in der Situation, auch mit Gorbatschow, darauf haben Sie ja selber hingewiesen, hatten wir natürlich eine neue Situation. Und da gab es ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten. Und dieser Zusammenbruch des Kommunismus ist ein Prozess, der sich im gesamten osteuropäischen Raum und schließlich auch in der Sowjetunion selbst vollzieht und keineswegs nur in der DDR. Herr Kowalschuk, ich würde gerne auf das Jahr 1989 schauen. Da begannen die DDR-Bürger Mitte des Jahres so langsam auf die Straße zu gehen. Was ja dann schließlich eine richtige Massenbewegung und Massenproteste waren. Wann begann das denn richtig? Also es ist nicht so ganz zufällig passiert. Man muss sagen, heute steht ja Leipzig als Symbol für diese Massendemonstration. Da begann das bereits 1988 immer wieder mit Demonstrationen. Der Hintergrund war, es gab Konflikte wie überall in der DDR zwischen den evangelischen Kirchenleitungen, den Gemeindekirchenräten und den oppositionellen Gruppen. So auch sehr massiv in Leipzig. Und so, dass sich dann dort Oppositionelle sagten, okay, wir müssen sowieso raus aus der Kirche, wir müssen rein in die Gesellschaft. Und fingen an im Laufe des Jahres 1988 mit Demonstrationen. Nun hatten sie in Leipzig zweimal im Jahr das Glück, dass die Weltöffentlichkeit, vor allen Dingen die Journalisten, nach Leipzig schauten, fahren konnten wegen der Messe. Und genau sozusagen in diesem Umfeld haben sie dann solche Demonstrationen gemacht. Die internationalen Medien haben darüber berichtet. Und so haben sie Erfahrungen sammeln können. Eine ähnliche Erfahrung gab es bereits in Ostberlin mit bestimmten Repressionsmaßnahmen des Staates. Und dann gab es Solidarisierungseffekte und auch kleinere öffentliche Protestdemonstrationen außerhalb von Kirchenmauern. Und nun kam diese Situation 1989, dass die Krise sich immer mehr zuspitzt, immer auch sichtbarer wurde. Und durch die Massenflucht via Ungarn über die bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau kamen immer mehr Menschen, haben sich vor die Frage gestellt von, was mache ich jetzt? Gehe ich auch? Verlasse ich das Land? Suche endlich sozusagen meine Zukunft woanders und warte nicht mehr auf den St. Nimmerleins-Tag? Oder bleibe ich in diesem Land und bleibe weiter still? Oder beginne ich auch sozusagen, mich an Veränderungen zu beteiligen beziehungsweise Reformen einzufordern? Und genau in dieser Situation kamen Aufrufe von Bürgerrechtlern. Und zwar durch die Bank weg von Menschen, die zwar öffentlich kaum bekannt waren, mit wenigen Ausnahmen wie Babel Bohlei oder Rainer Eppelmann. Aber ansonsten, die meisten waren in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Und die haben nun verschiedene Aufrufe gemacht. Neue Forum, Demokratie jetzt, demokratischer Aufbruch und noch ein paar andere. Und das hatte den Effekt, weil die meisten ja relativ unbekannt waren, dass viele Menschen das wahrnahmen und die nicht wussten, dass die sich alle untereinander kannten. Die haben sich nicht abgesprochen, aber es war ja eine relativ überschaubare Gruppe. Und die dachten, guck mal an, da kommen welche und hier kommen welche. Das heißt, da kam so eine Dynamisierung, so ein Mobilisierungseffekt, dass sich immer mehr Menschen fragten, okay, wenn es da so viele Leute gibt, die ihre Angst über Wunden haben, die also ihr Gesicht zeigen in der Öffentlichkeit, dann muss ich mich auch positionieren. Es kam also zu einer Eingabenflut, zu einer Aufrufeflut ab Ende August, Anfang September 1989. Und am 4. September 1989 setzten dann eben in Leipzig auch diese Montagsdemonstrationen wieder ein. Auch zunächst erst sehr überschaubar. Die hießen übrigens am Anfang Friedensgebete. Die Kirche hat das dann untersagt, dass diese Gebete Friedensgebete heißen. Die sind umgewidmet worden in Montagsgebete mit dem Argument, was ein Kirchenmann gesagt hat, er wisse noch, was Krieg ist. Und hier geht es nicht um Krieg. Und deswegen wurden sozusagen diese Gebete in Montagsgebete umgewandt. Und jeden Montag kamen nun mehr Menschen. Immer mehr Menschen haben ihre Angst über Wunden. Und warum kamen die? Weil die eben auch gesehen haben, dass der Staat zwar eingriff, dass der Staat auch drohte und gar nicht friedlich reagierte. Deswegen bin ich auch dagegen, von einer friedlichen Revolution zu sprechen. Weil die Demonstranten waren friedlich. Aber der Staat war auch am 9. Oktober nicht friedlich in Halle oder Magdeburg. Hat überall geknüppelt. Aber immer mehr sind dadurch sozusagen angesteckt worden. Und insofern würde ich sagen, die eigentliche, wenn man so sagt, Hochphase der Revolution, das war mit dem Einsetzen der Massenflucht im Sommer und dann bis sozusagen Ende Oktober. Frau Klier, welche Rolle haben denn die Kirchen bei der Oppositionsbewegung gespielt? Da gibt es jetzt einen Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche. Die Katholiken hatten das Pech, dass die damals den Bischof Meisner hatten. Der ist später abgeschoben worden nach Richtung Köln und wurde dort Kardinal. Und der Meisner hat alles untersagt, was irgendwie mit Widerstand oder das Hereinkommen, andere Gedanken, politische Gedanken. Das heißt, die haben uns auch ihr Leid geklagt. Und selbst bei den Montagsdemos in Erfurt, ich habe einen Freund, der ist der Sohn des Küsters im Dom von Erfurt, der hat bald auf den Knien gelegen, um seinen Vater zu sagen, mach die Türe auf, lass die Demonstranten rein. Nein, ich darf nicht, wir dürfen die nicht machen. Also der hat erst zwei Tage vorher dann gesagt, jetzt machen wir auf die Türen auf. So und alles andere, die leiden da drunter. Und ich muss auch sagen, wir sprechen da nie drüber, weil das sie eigentlich auch nicht so, was sich werden konnten. Die haben dafür natürlich, weil sie so geschlossen waren, weniger Stasi-Spitzel drin. So und in der evangelischen Kirche war alles. Es lebte, es lebte auf. Es war Widerstand von einem großen Teil der Kirchenoberen, die das gar nicht wollten. Also die haben nicht alle die Hände aufgemacht. Die haben 86 noch die Solidarische Kirche gegründet, um nochmal die Pfarrer zu unterstützen und Jugendmitarbeiter, die was machten. Und ansonsten war das offen, es konnten alle möglichen Leute reinkommen. Und wir haben bei uns, als das losging, so 81, 82, kamen immer irgendwelche jungen Männer rein. Und wie heißt denn du? Und so, sie wollen da mitmachen. Und tralala und so, wie heißt denn du? Ah, ich heiße Lutz. Und nachdem der dritte oder vierte Lutz hieß, wussten wir, die kamen da irgendwie von verschiedenen Stasi-Schulen. Und wir haben dann immer versucht, die Lutze zu bündeln. Und jemand musste sich opfern und musste die dann nehmen in seinem Thema, damit die anderen wenigstens überhaupt zum Arbeiten kommen. Ich will nur eine Bemerkung machen. Sie haben eine Schilderung gegeben, was die katholische Kirche anbetrifft. Sie haben sicher bessere Einblicke als ich, als Westdeutscher. Aber ich glaube nicht, dass das das ganz richtige Bild ist, das sie geschildert haben. Es gab sicherlich in der evangelischen Kirche und auch in der katholischen Kirche Menschen, die sich engagiert haben, aber auch andere, die sich nicht engagieren wollen. Nee, muss ich Ihnen jetzt sagen, ich komme gerade aus der katholischen Akademie. Ja, das ist sehr gut. In Dresden-Meißen. Und das machen wir nicht öffentlich so. Aber wir haben immer wieder dieses Thema, warum die gelitten haben drunter, warum sie nicht durften. Sie durften einfach nicht sich beteiligen daran. Also da gibt es unterschiedliche Sichten. Ich würde gerne noch mal auf den Sommer 89 schauen. Da reißt ja quasi der eiserne Vorhang ein Stück weit auf an der ungarisch-österreichischen Grenze. Der Druck auf die DDR-Führung wird enorm groß. Es ist quasi ein Exodus. Viele flüchten auch in die ständige Vertretung nach Ost-Berlin. Wie hat man das in dem Moment in Bonn denn wahrgenommen? Also natürlich haben wir mit Zuversicht geblickt auf die Entwicklung Gorbatschow mit Glasnost und Perestroika, auf die Polen, auf die Ungarn. Und wir sahen umgekehrt, dass dies ein Weg war, den die DDR-Führung nicht mitgehen wollte. Als ich zwei Tage nachdem die 117 Flüchtlinge in die ständige Vertretung geflüchtet waren, dort gewesen bin und vorher das Gespräch hatte mit einer Riege von Politbüro-Mitgliedern an der Spitze der stellvertretende Außenminister Kolikowski. Da war ich aber dennoch geradezu schockiert von dem Realitätsverlust, von dem diese Leute ausgingen. Nach dem Motto, das sind Verräter, die Bevölkerung der DDR achtet nicht nur diese Regierung, sondern wörtlich, man liebt uns und es gab überhaupt kein Entgegenkommen. Und das war also der, also mein Gefühl war, das geht bei denen sowieso nicht gut. Die haben den Blick auf die Realitäten in Europa völlig verloren. Und dann kam Ungarn und dann kam das Geheimgespräch auf Schloss Gümlich bei Bonn Anfang September, das deswegen so wichtig war, weil die Ungarn, also Ministerpräsident Nemeth und Außenminister Jula Horn dort bei Kohl berichteten, dass sie die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben hätten im Frühjahr. Sie würden die Grenze öffnen, und zwar für alle Deutschen, die in ihrem Lande seien, aber sie hatten eben doch große Sorgen, wie man reagiert, denn es war ja ein Bruch von Verträgen mit den anderen Ostblockstaaten und wie Moskau reagiert. Und es gibt ja dann das Telefongespräch von Helmut Kohl mit Gorbatschow, wo er ihm sagt, die Ungarn haben vor, die Grenze zu öffnen. Wie seht ihr das? Und Helmut Kohl berichtet, dass es einen Moment Stille gegeben habe am Telefon und dann habe Gorbatschow gesagt, die Ungarn sind gute Leute. Das war ein Signal, das später für uns auch wichtig war, wo wir also nicht die Angst hatten, dass Honecker oder Krenz die Waffen sprechen lässt, weil sie hätten das nie gewagt, ohne die Zustimmung von Gorbatschow, und sie hätten diese Zustimmung auch nie, nie, nie bekommen. Ich war im Übrigen, das sage ich auch, ich habe ja wochenlang die Verhandlungen geführt über die Flüchtlinge, die in der Prager Botschaft waren. Ich war fest überzeugt davon, nachdem wir immer wieder gesagt haben, wir lösen euer Problem nicht. Ich war fest überzeugt davon, dass es eine Lösung in diesem Sinne geben würde, und zwar vor dem Parteitag, vor den 40-Jahr-Feiern der DDR Anfang Oktober. Und, denn die DDR konnte ja nicht wollen, dass diese Bilder aus Prag, die ja das Ansehen der DDR jeden Tag beschädigten, dass diese Bilder, diese 40-Jahr-Feier überlagerten, wo man ja mit großem Pomp sich auch ein Popularitätsgewinn von versprach und hinzukam, dass wir ja auch in Gesprächen waren mit Schalko Lodkowski, Kläuble erst und dann ich, über Finanzen, der ja ungeschminkt, einigermaßen ungeschminkt, die Situation dargelegt hat, dass man auf Devisen dringend angewiesen sei. Und wir haben dann auch gesagt, ich habe dann auch gesagt, wir sind zu einer großen Finanzhilfe bereit, aber ohne eine Lösung für die Ausreisewilligen in Prag, in Warschau und in Budapest gibt es keine Mark. Na gut. Herr Kowalczyk, Herr Seiterz hat es angesprochen, das war ja durchaus auch eine Situation der Angst für die, die nun vorhatten, auch zu flüchten. Und man wusste nicht so richtig, wie es funktioniert. Margot Honecker hat im Juni sogar noch gesagt, und die Jugend ja offen dazu aufgefordert, notfalls mit der Waffe in der Hand für das SED-Regime zu kämpfen. Können Sie diese Situation in dieser Zeit mal ein bisschen stärker beschreiben? Wie stark war denn die Angst? Die war extrem. Auf der einen Seite gab es diese Erfahrung, man lebt in einer hochgradig militarisierten Gesellschaft der DDR, wo also Kinder und Jugendliche schon praktisch im militaristischen Geist erzogen werden. Vor militärischer Ausbildung war Teil des obligatorischen Schulunterrichts. Ich selber könnte davon eine Geschichte erzählen, wie ich mich mit zwölf Jahren zum Offizier der NVA verpflichtet habe und was dann mit mir passierte, als ich mit 14 sagte, nein, ich will das doch nicht. Und nach anderthalb Jahren meine Zukunft in diesem Land zu Ende war. Dann hatte man die historische Erfahrung, selbst als junger Mensch, die Kommunisten verteidigen ihre Macht mit allen Mitteln. Das hat man am 17. Juni gesehen. Das hat man 1968 gesehen. Das hat man in Polen gesehen. Der Mauerbau ist letztendlich der Höhepunkt der terroristischen Maßnahmen gewesen, nämlich die präventive Gefangenschaft eines ganzen Volkes hinter Kerkermauern, wenn man so will. Nur, dass viele das dann irgendwann nicht mehr als Kerkermauern wahrgenommen haben. Und also diese Erfahrungen, die waren sehr implementiert in der Gesellschaft. Nun kam Gorbatschow. Und Herr Seitas hat das ja eben schon erzählt, mit diesem Telefonat zwischen Kohl und Nemeth. Und da gibt es ja noch zwei Geschichten davor, die sich natürlich rumgesprochen haben. Gorbatschow hat 1987 beim Staatsbesuch in Prag, am Rande eines Staatsbesuches in Prag, die Brezhnev-Doktrin praktisch aufgehoben. Die Brezhnev-Doktrin sagte nach 1968, dass die sozialistische Weltgemeinschaft, also unter Führung von Moskau, immer bereit und in der Lage ist, den Sozialismus auch in anderen Bruderländern zu verteidigen, wenn der Sozialismus dort in Gefahr ist. Und Brezhnev hat diese Interventionspolitik 1987 im April erstmals aufgekündigt. Und im Sommer 1989, als der Warschauer Pakt in Rumänien tagte, hat er das bekräftigt. Er hatte natürlich eigentlich vor allen Dingen Polen und Ungarn im Blick, denn es deutete sich ab, dass dort mit den halbfreien Wahlen auch demnächst wahrscheinlich also die Mitgliedschaft im Warschauer Vertrag zur Disposition steht. Und nun passiert aber Folgendes im Sommer 1989, wie jeder sich gut erinnern kann, in Peking wird die Demokratiebewegung brutal niedergewalzt. Und das einzige Regime auf der Welt, was den Kommunisten in Peking ihre unverbrüchliche Solidarität zeigte, war die SED, war die DDR, war namentlich Egon Krenz, war Günter Schabowski, war Hans Modrow, alle namentlich, die sich mit denen solidarisierten und nicht nur im Sommer. Das soll auch ein Signal sein? Sondern auch noch mal Ende September, Anfang Oktober 1989, als die sowohl in Peking als auch in Ostberlin ihre großen propagandistischen Manifestationen inszenierten. Auch da haben sie das noch mal inszeniert und diese Solidarität gezeigt. Und nur in dem DDR-Fernsehen ist der Propagandafilm der chinesischen kommunistischen Partei mehrfach immer wieder wiederholt worden, wo gewissermaßen bewiesen werden sollte, in Anführungsstrichen, dass die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung rechtens war, dass das alles verschissen war. Also richtig. Und das war natürlich ein Signal an die ostdeutsche Gesellschaft, wenn ihr auch so etwas wagt, dann werden wir das auch machen. Die einzige Hoffnung, die die Menschen in der DDR damals hatten, die sich also damit befassten und die also auf den Straßen waren, war wieder Gorbatschow, weil man davon ausging, er wird die sowjetischen Panzer diesmal in den Kasernen lassen. Das war die große Hoffnung und die hat sich Gott sei Dank erfüllt. Man muss das auch noch mal ganz deutlich sagen. Wenn in Moskau zu dieser Zeit eine andere Regierung an der Macht gewesen wäre, wenn es einen anderen Befehl gegeben hätte, dann wären die marschiert. Das ist auch ihre Aufgabe gewesen. Also noch mal, es lag nicht an der DDR-Führung. Deswegen ja auch die Nachfrage der Bundesregierung an Russland als an die Sowjetunion. Und es lag nicht an Egon Krenz, was ja jetzt gerne immer wieder behauptet, dass es an ihm lag, dass es friedlich blieb, sondern das war ausschließlich letztendlich eine Moskauer Entscheidung. Und Ostberlin war bis zum letzten Tag ihrer Existenz abhängig von Moskau in fast jeder Frage. Ich will noch an ein historisches Moment erinnern, an den Besuch von Gorbatschow in Bonn. Im Sommer, also bevor die weitere Entwicklung sich zuspitzte, wo Gorbatschow und Kohl, also die Sowjetunion und die Bundesrepublik Deutschland ein Dokument unterzeichnet haben, in dem steht, jeder Staat hat das Recht, über sein eigenes wirtschaftliches, politisches, gesellschaftspolitisches System zu entscheiden. Und die Grenzen von diesen Staaten sind unverbrüchlich, also dürfen nicht angetastet werden. Das war eine im Grunde ja unglaubliche Situation, dass die Sowjetunion und Deutschland eine solche Sache unterschreiben. Herr Götter-Marker, ich würde gerne einen kleinen Blick darauf werfen, wie man oder wie die DDR-Führung vielleicht anders hätte handeln können, um das ein oder andere zu verhindern. Also, wenn wir uns die Situation nochmal vergegenwärtigen, die wirtschaftliche Situation der DDR zu der Zeit war extrem schwierig, die Opposition wurde immer stärker, Ausreisewillige waren da. Nun gab es zum Beispiel den Antrag, das neue Forum als politische Partei auch anzuerkennen, was die SED-Führung natürlich sofort abgelehnt hat. Hätte man zum Beispiel bei der Zulassung des neuen Forums nochmal was erreichen können? Also, die Diktatur in der DDR, so wie sie war, war nicht zu retten. Die Wirtschaft war natürlich katastrophal. Schon seit den 70er Jahren hatte sich das abgezeichnet. In den 80er Jahren spitzte sich das natürlich sehr stark zu. Die innere Opposition, gerade unter dem Dach der evangelischen Kirche, nahm sehr stark zu. Mit Gorbatschow hat das dann eine neue Qualität bekommen. Da hatte die Opposition dann eine wirkliche Chance. Und der eiserne Vorhang ist ja nicht in Berlin geöffnet worden. Das ist ja auch ein Mythos. Sondern die Ungarn haben natürlich den eisernen Vorhang abgebaut. Und zwar schon sehr früh. Nach Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention im März, glaube ich, haben am 15. April in einer geheimen militärischen Aktion Grenztruppen Ungarns die Grenzzäune zu demontieren begonnen. Und am 2. Mai war die Grenze faktisch dann offen. Sodass auch die Fluchtbewegung aus der DDR sich dann über Ungarn nach Österreich erstrecken konnte. Das heißt also, mit dieser Öffnung des eisernen Vorhangs war im Grunde eine Existenzbedingung der DDR bereits beseitigt. Denn die Mauer war die Voraussetzung dafür gewesen, dass die DDR überhaupt so lange existieren konnte. Sonst wäre sie lange vorher zusammengebrochen. Und mit der Maueröffnung oder mit der Öffnung des eisernen Vorhangs war die DDR abendet. Also Reformen hätten da überhaupt... Reformen, nein. Reformen hätten zu einer Systemveränderung geführt. Und diese Systemveränderung wollte man nicht. Wollte man nicht. Herr Seiders, schauen wir mal auf den 30. September. Diesen besonderen Tag, wo Sie mit Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon in Prag waren. Und Bilder haben ja manchmal eine große Macht. Also man konnte die Bilder, es war ja halb dunkel, kaum sehen. Und man konnte vor allen Dingen die letzten Worte von Außenminister Genscher kaum verstehen. Aber welche Bedeutung hatte dieser Tag in Prag und die Ausreise der dort Geflüchteten? Was hatte das für eine Auswirkung auf die nächsten Tage und Wochen? Wir haben ja gespürt, die Hilflosigkeit einer Staatsführung, die sich wochenlang geweigert hatte, diesen Schritt zu gehen und dann letzten Endes doch unter dem Druck der Verhältnisse gezwungen war, diesen Schritt zu tun, die Ausreisefreiheit zu gewährleisten. Völlig emotional das Ganze. Ich erinnere mich aber an das Gespräch, das Horst Neubauer bei mir am 30. September in meinem Büro vormittags geführt hat. Er hatte dringend um dieses Gespräch gebeten. Ich habe den Bundeskanzler informiert, natürlich auch ausmiss, zugebeten. Wir haben das Gespräch gemeinsam geführt und da hat Neubauer erklärt, die DDR sei in einem einmaligen humanitären Akt bereit, der Ausreise dieser Flüchtlinge zuzustimmen. Aber Sie wissen alle, es blieb eben nicht bei diesem einmaligen humanitären Akt, denn zwei Tage später, und ich weiß noch, wie er boos die Anrufe von Neubauer damals gewesen sind und von anderen, füllte sich die Botschaft ja schon wieder mit 6.000 Flüchtlingen und die DDR musste erneut nachgeben. Also das war ein Signal in die Bevölkerung der DDR hinein, das ja gar nicht zu überschätzen ist. Frau Klier, wenn wir uns den 9. Oktober anschauen, das war ja der Tag, wo viele, viele Menschen in Leipzig auf die Straße gingen und da blieb es relativ gewaltfrei. Kann man sagen, dass an dem Tag, wir sehen hier hinter uns auch im Bild, wie viele Menschen da tatsächlich auf der Straße waren, kann man sagen, dass an dem Tag die DDR-Führung sich schon ein Stück weit damit abgefunden hatte, dass sie diesem Ende, ihrem Ende zugeheben? In dem Sinne gab es ja nicht, weil es war ja keine geschlossene Gruppe mehr, sondern es war der Kampf zwischen zwei Gruppierungen, will ich jetzt mal nicht so, weil das so einzeln würde dann, aber sie hofften dann, dass wenn sie das nochmal reformieren, die SED reformieren und Honecker raus, Mielke und sowas und wer noch dann also im Politbüro saß. Stattdessen also jetzt die Reformen und die haben sich formiert eben, das vergisst man auch immer, 1986 mit dem Ausscheiden des zweithöchsten Generals der Staatssicherheit, Markus Wolf. Das ist sowas Ungewöhnliches, dass ich damals gedacht habe, also das ist jetzt, das kannst du als Theaterstück machen, das gibt es nicht in der Diktatur. Und dort summierten sich praktisch die Kräfte, das konnte man sehen, also dann ging es Motro und Biski und Gysi und es waren auf einmal ganz andere Konstellationen. Die anderen kamen ins Hintertreffen und Egon Krenz eierte noch ein bisschen rum. Der hat im Übrigen am 9. Oktober nicht den Schießbefehl zurückgezogen, sondern die haben ihn weiter aufrechterhalten. Es kam nur nicht der Befehl irgendwie aus Moskau zu handeln. Das haben sie sich dann auch nicht getraut, weil nie klar war, wer wird am Ende übrig bleiben. Aber es ist so gewesen, dass, also jetzt rechnen gerade zwei Autoren nach, dass es gar nicht 70.000 gewesen sind, sondern 120.000. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall jetzt eine starke Zunahme der Leute, die raus wollen aus dem Land. Die kamen natürlich alle zusammen und haben jetzt irgendwie auch die Dynamik mitbefördert. Wir haben uns da immer sehr gestritten. Also es gab immer, was heißt gestritten, aber es gab immer sowas, ja, die wollen ja bloß raus. Und dann haben wir gesagt, also Templins, Stefan Kraftschick und ich, haben gesagt, die dürfen raus. Das ist ihr Recht, es muss ihr Recht sein, dort zu leben, wo sie wollen. Herr Kowalczuk, wir haben es gerade gehört, es waren wahrscheinlich nicht nur 70.000, sondern sogar 120.000, die da auf der Straße waren. Aber dennoch ist das natürlich keine Mehrheit, sondern eine Minderheit. Was hat denn der Rest gemacht? Wenn wir heute über die Revolution von 1989 sprechen, dann haben wir eben immer den Mythos, dass alle dabei gewesen wären. Das ist aber natürlich Quatsch. Da gibt es doch dieses wunderbare Zitat, dafür habe ich 1989 nicht hinter der Gardine gestanden. Wenn alle dabei gewesen wären, dann müsste man fragen, ja, wie gegen wen waren denn dann eigentlich die Leute auf den Straßen? Diktaturen und die DDR-Diktatur war eben lange auch stabil, zumindest sah es nach außen so aus. Wären nicht überlebensfähig, wenn nicht auch große Teile der Gesellschaft, warum auch immer, aus tiefer Überzeugung, weil sie überleben wollen, aus Anpassung mitmachen, hinter der Gardine stehen, loyal zu dem Regime waren. Und bei der DDR muss man sagen, noch lange nach dem 9. Oktober 1989 waren Millionen Menschen immer noch loyal gegenüber dem Regime. Also das zeigen dann im Übrigen auch die Wahlergebnisse am 18. März. Da kriegt die SID immer noch 1,6 Millionen Stimmen. Stimmen, das muss man sich mal vorstellen, ja. Oder 1,9 Millionen, Entschuldigung, 16 Prozent der Stimmen bekommen sie. Also und insofern ist das eigentlich das Problem, das wir in den letzten drei Jahrzehnten in vielen Sonntagsreden immer so getan haben, als wenn alle bei der Revolution dabei gewesen wären und als wenn alle die Einheit wollten und als wenn alle das genau wollten, wie es dann gekommen ist. Das ist in der Geschichte nie so und das war auch 1989, 90 nicht so. Herr Dr. Seithers, ich habe am Anfang davon gesprochen, dass es natürlich ein Glücksmoment war, der 9. November 1989. Wenn wir jetzt 30 Jahre danach uns anschauen, wie die Lage im Land ist, hat man das Gefühl, dass die Glücksmomente nicht mehr ganz so groß sind. Würden Sie sagen, die friedliche Revolution taugt 30 Jahre danach nicht mehr als Identitätsstiftung für alle Deutschen? Die Stimmung in den ostdeutschen Ländern ist natürlich im Augenblick, wie auch die Wahlergebnisse zeigen, nicht überall gut, sondern gemischt. Das hängt einmal damit zusammen, weil trotz aller Erfolge in Sachen Wirtschaftspolitik, wir haben große Fortschritte dort, wir haben bei der Wirtschaftskraft, bei der Erwerbstätigkeit, bei der Arbeitslosigkeit vor zehn Jahren war der Abstand bei der Arbeitslosigkeit zwischen Ost und West zehn Prozent und heute zwei Prozent. Das ist ungefähr so wie zwischen einem norddeutschen Bundesland und Bayern. Also das ist das Normale. Aber wir haben natürlich strukturelle Probleme allein durch den Bevölkerungsrückgang, durch den Strumpfungsprozess, das heißt, viel ältere leben in den entfernt liegenden Regionen und die Jungen sind teilweise weggegangen. Das muss man einfach sehen. Das Zweite ist, wir haben einen sehr starken Mittelstand in den ostdeutschen Ländern, aber die Konzernzentralen sind zum Beispiel nicht da und daran macht sich manches auch fest in Sachen Agitation. Wir haben Grund, stolz zu sein auf das, was damals geschehen ist, auch durch die friedlichen Demonstrationen, auch durch eine kluge Politik, will ich sagen, aber wir haben auch eben Glück gehabt, aber an dieses Glück und diesen Glück-Moment dürfen wir auch heute gerne erinnern. Und ich bin im Grunde auch optimistisch, dass das bei der Masse der Bevölkerung auch so ist. Herr Goethe-Marker, friedliche Revolution, 30 Jahre danach, inwiefern ist das noch eine positive Identitätsstiftung für alle Deutschen? Dieses Glücksmoment, dass eine Wiedervereinigung nicht nur Deutschlands, sondern Europas möglich wurde, ist natürlich etwas ganz Großartiges. Und es wäre fatal, wenn wir diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, tatsächlich Ost- und Westeuropa zusammenzuführen, vertun würden. Und das gilt innenpolitisch wie außenpolitisch. Aber die politischen Schwierigkeiten, die er seit er es gerade völlig zu Recht angesprochen hat, verlangen natürlich nach Antworten. Und diese Antworten sind in der Politik bisher zu wenig erkennbar. Und das erklärt auch, warum dann diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer entscheiden, Parteien zu wählen, die nicht wirklich auf dem Boden dieser Demokratie stehen, dann plötzlich eine ungeahnte Stärke erreichen. Frau Klier, wo sind die Glücksmomente von vor 30 Jahren? Ich finde, ich habe das Glücksmoment immer noch, weil das auf einer tieferen Ebene liegt bei mir, als jetzt mal das stimmt nicht, das ist hier das Schiff gelaufen, alles okay. Und ist natürlich historisch, es gab noch niemals einen Fall von so einer Wiedervereinigung, wo man auch gar keine Vorlagen hatte. Ich glaube, es war auch Herr Vogel, hat gesagt, wir hatten ein Ministerium für Fragen, für deutsch-deutsche Fragen, aber keins für deutsch-deutsche Antworten und als einiges gewesen, wo man sagen kann, oh oder so, und das soll auch so sein, also gehört halt dazu in so einem Prozess, aber insgesamt, dass die Menschen frei entscheiden können über sich, das ist irgendwie wahrscheinlich auch nur von denen, die es betrifft, so wird immer noch so wahrgenommen. Ja, also die mäkeln da nicht an diesem oder jenem rum oder machen das, aber der große Prozess ist einfach da. Herr Kowalschow, das Glücksgefühl scheint zumindest im Osten so ein bisschen verloren gegangen zu sein. Kann man das so sagen? Ist dieses positive identitätsstiftende Moment nicht mehr so zu spüren und nicht mehr so da? Wir müssen wegkommen davon, dass wir die ostdeutsche Revolution immer nur zu Jubiläen und nur am 9. Oktober oder 9. November würdigen, sondern es muss einen Verstetigungsprozess geben und zwar nicht nur zwischen Cap Arcona und dem Oberwiesenthal, sondern eben auch zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen. Wir müssen begreifen, dass das unsere gemeinsame Geschichte ist in ganz Deutschland, in ganz Europa und dann können wir vielleicht eben auch feststellen, dass heute die Stimmung im Osten schlechter ist als die Lage, aber wir müssen eben auch sagen, vor 30 Jahren hätten wir alle, glaube ich, nicht prophezeien wollen und auch nicht prophezeien können und es hat auch niemand so prophezeit, dass wir 30 Jahre nach der Revolution immer noch so viele Probleme im Zusammenwachsen von Deutschland-Ost und Deutschland-West haben, dass also die frühere innerdeutsche Grenze sich an vielen Punkten immer noch abzeichnet. Das jedenfalls überrascht mich und müssen wir halt weiter daran arbeiten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die sehr angeregte Diskussion und dass Sie diese Reise ins Jahr 89 und auch ein Stück weit davor mit mir gemacht haben und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war unsere Reihe Forum Demokratie dieses Jahr zu den Neunerjahren und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF für guide